Jeder hat als Kind schon mal davon geträumt, Profifußballer zu werden. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit, jemals im Leben einmal Profifußballer zu werden, bei Fußballtalenten unter 14 Jahren bei 0,04%. Eigentlich absolut unmöglich, aber wie bitteschön, wahrscheinlich ist es in der Familie, gleich zwei Profifußballer zu haben. Im heutigen Video zeige ich euch fünf Brüderpaare des Weltfußballs und wir schauen, was sie heute machen. Beginnen wir mit dem ersten deutschen Brüderpaar Rani und Sami Khedira. Über den ältesten Khedira-Bruder Sami Khedira brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Der 34-Jährige gewann mehrmals die italienische und spanische Meisterschaft, gewann einmal die Bundesliga, gewann mit Real Madrid den Henkelpott und wurde mit Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister. Seit sieben Jahren jüngerer Bruder Rani Khedira spielt aktuell bei Union Berlin in der Bundesliga, spielt die meisten Spiele über die volle 90 Minuten, aber Titel und Trophäen wie sein großer Bruder Sami Khedira hat Rani nicht in seinen Schrank. Lustigerweise gibt es doch einen dritten Bruder, der auf den Namen Danny Khedira hört. Und der ist Spielerberater von Rate mal genau von Erik Martell. Oh mein Gott, oder wie Atheisten sagen würden, oh meine Wissenschaft. Spaß beiseite, weiter geht es mit dem zweiten Bruderpaar und gemeint sind die Hazards. Neben Eden Hazard und Torgen Hazard gibt es noch Kilian Hazard und Ethan Hazard. Ethan Hazard ist mit 18 Jahren der deutlich jüngere und etwas unbekanntere Hazard. Ethan spielt aktuell in Belgien in der U19 von Royal Union to beat the brain. Noch nie von denen überhaupt gehört und bekleidet dort das offensive Mittelfeld. Der zweite Bruder ist Kilian Hazard. Der hat auch wie seine anderen beiden erfolgreicheren Brüder Torgen und Eden Hazard auch die Lille-Jugend durchlaufen und ist danach zu Gammelmannschaften wie White Star Brüssel, UIPES FC, Zülte Waregem oder zum FC Chelsea gewechselt. Zum FC Chelsea ist er damals aber nur dorthin gewechselt, um seinen Bruder Eden Hazard bei Laune zu halten. Aber nachdem Eden doch nach Real Madrid gegangen ist, hatte man für Kilian keine Verwendung mehr gehabt. Und man hat ihn einfach zum KV Kerkle Brügge einfach verschäbelt. Die letzten beiden Brüder Eden und Torgen Hazard brauchen wir nicht so lange reden. Torgen Hazard spielt aktuell bei Borussia Dortmund und wurde insgesamt 39 Mal für die belgische Fußballnationalmannschaft berufen. Sein großer Bruder Eden Hazard spielte zwischen 2012 bis 2019 beim FC Chelsea und galt als einer der besten belgischen Fußballer überhaupt. Und danach, naja wir wissen wie es ausgegangen ist, ist er nach Real Madrid gewechselt und gilt meiner Meinung nach als der größte Flop-Transfer der Fußballgeschichte. Das nächste Brüderpaar ist eher ein Geschwisterpaar. Gemeint ist nicht die Bezeichnung einer Beziehung im Saarland, sondern eigentlich gemeint ist, dass dieses Mal nicht um Bruder und Bruder geht, sondern um Bruder und Schwester. Hierbei geht es um Lukas Klostermann und seine Schwester Lisa Klostermann. Lukas Klostermann spielt zum Gegensatz zu seiner kleinen Schwester Lisa in der ersten Herrenfußball-Bundesliga bei RB Leipzig und wurde insgesamt 14 Mal für die deutsche Herrennationalmannschaft nominiert. Lisa Klostermann dagegen ist mit 22 Jahren noch relativ jung und konnte leider dank einer chronischen Knieverletzung nur zwei Bundesligaspiele in der Frauenfußball-Bundesliga als Torhüterin absolvieren. Und deshalb hat sie sich in diesem Sommer 2021 dazu entschieden, ihre Karriere vom Leistungssport zu beenden. Gehen wir vom Frauenfußball wieder zurück zum Leistungssport-Kappa und heute haben wir zum ersten Mal einen Brüderpaar, die aktuell zusammen bei denselben Vereinen spielen. Ihr habt es schon bestimmt schon rausgehört, gemeint ist das Brüder-Duo aus Wolfsburg, Felix und Lukas Nmetscher. Die beiden Nmetschers starteten ihre Karriere beide gemeinsam in der Jugend von Manchester City. Und erst 2018, als Lukas einen Profivertrag bei City unterschrieb und mehrmals verliehen wurde, trennten sich erstmals die Wege. Und erstmals, nachdem der VfL Wolfsburg-Lukas Nmetscher den gerade gewordenen U21-Europameister für 8 Millionen abgekauft hat, von Manchester City abgekauft hat und man Felix Nmetscher ablösefrei schnappen konnte, spielen die Nmetscher-Brüder wieder zusammen in einer Mannschaft. Das letzte Brüderpaar ist Jordan und Romelu Lukaku. Bei den Lukakus sind die Karrieren, zum Gegensatz zu den Nmetschers, früh in unterschiedliche Richtungen gegangen. Während Romelu Lukaku die ganzen Jugendmannschaften von Anderlecht durchmarschierte und heute für 150 Millionen von Inter Mailand zu Chelsea in der Premier League gewechselt ist und dort alles zerballert, hatte der ein Jahr jüngere Bruder Jordan Lukaku bei Anderlecht keinen Fuß gefasst und hat deshalb keine so steile Karriere hingelegt, wie sein erfolgreicherer Bruder Romelu. Trotzdem hat es Jordan in den Profifußball geschafft. Kurz hat er mal bei Lazio gespielt und heute spielt er bei Royal Antwerp FC. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Fallen euch noch mehr Brüderpaare oder Geschwisterpaare im Fußball ein? Schreibt gerne in die Kommentare. Vielleicht mal hier noch einen Teil 2, wenn ich Bock habe oder wenn ihr Bock habt. Kommt drauf an, wie euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.